Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Februar-Hall. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Moni und ich liebe Disney. Wie man unschwer erkennen kann, auf meinem YouTube-Kanal oder bei mir im Hintergrund. Und jetzt in diesem Video zeige ich euch, was ich im Monat Februar alles von Disney gekauft habe. Ich würde sagen, wir legen los. Wie schon im Januar-Hall erwähnt, ich verlinke euch den nochmal bei dem i, werde ich zu jedem neuen Haul, zu jedem Monats-Haul, die passenden Mini Mouse Attraction Collection Ohren tragen, vorausgesetzt ich bekomme sie, aber wie ihr seht, war ich glücklich im Februar. Ich habe sie ergattert, obwohl sie nach 3 Minuten bereits ausverkauft waren und viele sehr enttäuscht waren, weil der Server wieder große Probleme gemacht hat. Ich habe auch, mein Puls war auch glaube ich auf 180, weil es zwischendurch auch bei mir sehr gestockt hat. Aber ich habe sie bekommen und ich muss sagen, das sind die Ohren zur Attraktion von Pirates. Deswegen hat man hier auch so ein Schiff auf dem Kopf. Ja, das macht sie sehr besonders. Ich habe noch nie Ohren gesehen, wo man ein Schiff auf dem Kopf hat. Ich fand sie auch ein bisschen komisch. Ist nichts für windige Tage, weil das Schiff sehr locker ist. Und auch wenn es regnet, weiß ich, dass ich das Wasser hier sammle. Oder man könnte auch eine kleine Jack Sparrow-Lego-Figur reinsetzen. Aber wie gesagt, sie sind sehr besonders. Hier sieht man den Totenkopf mit Schleife und hier dieses Fluch der Karibik. Es ist ein Lenkrad, das ist nicht die Münze. Und falls ihr jetzt irgendwelche Geräusche hört in der Kamera, das ist der Schnee, der gerade vom Dach fällt. Ich habe eben schon kurz Pause gemacht. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Aber das ist der Schnee vom Dach. Falls ihr irgendwas hört, wenn nicht, dann ignoriert es einfach, was ich gerade gesagt habe. Genau. Also das war das erste Teil aus dem Februar von Shop Disney. Diese Ohren und die kosten ja 35 Euro. Und nächsten Monat ist es dann, glaube ich, ist es die Teacups, also die Teetassen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt auf die Ohren. Erstmal, ob ich sie bekomme. Ich hoffe, ja. Und zweitens, man hat so ein Hütchen dann auf dem Kopf und so ein Schleier im Gesicht. Es wird sehr interessant im März Hall, wenn ich die trage. Sieht ein bisschen aus wie eine Braut oder so, weiß ich doch nicht. Aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Hier ist auch das passende Etikett, was dazu war. Da steht dann jetzt halt Nummer 2 von 12 und Limited Edition. Und dann steht da hier noch ein bisschen was über die Pirates Attraktion. Genau. Machen wir weiter mit Shop Disney. Und zwar habe ich mir dann zu den Ohren noch passend ein T-Shirt. Also nicht passend, sondern um die Versandkosten zu sparen. Weil die Versandkosten sind mal 3,90. Wenn man jetzt nur die Ohren bestellt, dann versuche ich immer noch was, wenn mir wirklich was gefällt, was dazu zu bestellen. Damit ich mir die Versandkosten spare und noch ein Teil habe. Und zwar habe ich mir dieses aus Disneyland Anaheim ist das T-Shirt eigentlich. Also es steht Disneyland Resort drauf. Ihr seht es auch angezogen. Und zwar, ja, es gehört zu der Bronze-Kollektion, wo ich auch den Spiritual Edition habe und die Ohren. Und ich finde es ganz toll, weil man das auch im Sommer tragen kann als T-Shirt. Und der Stoff ist relativ leicht. Und ja, ich fand es sehr schön. Und das hat 22 Euro gekostet. Und deswegen hatte ich dann den Versand gespart und hatte die Ohren und das T-Shirt. Ja, weiter mit Shop Disney. Dann gab es noch einen Schlüssel im Februar. Und zwar den Mini-Maus-Schlüssel. Ich blende euch jetzt hier auch nochmal ein Bild ein, damit ihr das genauer sehen könnt. Die gibt es ja immer gratis, wenn man was bestellt von einem gewissen Wert. Ich glaube, das ist meistens irgendwas um die 20 Euro. War diesmal auch. Und dann gab es den Mini-Maus-Schlüssel dazu. Und was ich mir bestellt habe bei der Bestellung für den Schlüssel, ist dieser Spirit-Jersey. Ja, es ist wie ein Spirit-Jersey geworden. Und zwar hatte ich ja bei Instagram die Umfrage gemacht zwischen dem und diesem hellblauen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und falls es den noch gibt online, verlinke ich euch das bei der... Also packe ich euch den Link in die Infobox. Genau. Also er ist sehr retro, finde ich. Ihr seht ihn ja auch angezogen. Aber irgendwie mag ich das. Vorne der große Mickey. Man hat die verschiedenen Farben. Und hinten steht ganz groß Mickey-Maus. Genau. Der hat 60 Euro gekostet, wie eigentlich alle Spirit-Jerseys. Und ich muss sagen, ich liebe ihn und kann es kaum erwarten, ihn im Disneyland zu tragen. Genau. Und wie gesagt, das Schlüssel dazu. So, machen wir weiter mit Disneyland Paris, was ich im Disneyland Paris gekauft habe. Ich war dort im Februar mit Debbie und ihrer Mutter und ihrer Schwester. Und vor kurzem sind ja zwei neue Spirit-Jerseys rausgekommen im Disneyland Paris. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann aber nicht widerstehen. Das Gute ist bei den Spirit-Jerseys in Disneyland Paris, ich kriege 20% Rabatt. Der erste Bild-Jerse, den ich mir gekauft habe, ist der französische. Und zwar ist der im Prinzip weiß. Hat dunkelblaue Streifen an den Ärmeln und am Unterkörper. Hat vorne ein rotes D. Und hinten in den französischen Flaggenfarben blau, weiß, rot. Disneyland Paris draufstehen. Die kosten auch 60 Euro im Disneyland Paris. Wie im Online-Shop in Amerika sind die Preise mittlerweile ein bisschen höher geworden. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass irgendwann in Paris die Preise auch angezogen werden. Leider. Aber so ist das halt, ne? Aber die Nachfrage ist trotzdem immer riesig bei den Spirit-Jerseys. Und der zweite Spirit-Jerse, den ich mir dann da gekauft habe, ist der Korallfarben, ne? Der ist ja neu rausgekommen, ähm, ich glaube, war es Ende Februar, Anfang März? Ne, wir haben noch gar nicht März. Ende Januar, Anfang März ist er, glaube ich, genau, released worden. Ich glaube, zwei Wochen, bevor wir da hingefahren sind. Und, ja, viele streiten sich um die Farbe. Viele mögen sie nicht, viele mögen sie. Ich finde sie sehr schön, auch zu den dunklen Haaren. Kommen das sehr gut zur Geltung, die Farbe. Vorne dieses Korallene D wieder. Und hinten in Glitzer Disneyland Paris. Dann natürlich, wenn eine neue Disneyland Paris Spirit-Jerse-Kollektion rauskommt, in so einer Farbe, die heißt jetzt Ariel Grotto, äh, Korall irgendwas. Ähm, ich habe nichts mit Ariel zu tun. Aber da kommt ja meistens, also der Spirit-Jerse raus, das passt, die passenden paar Ohren und der passende Lounge-Flay-Rucksack. Und die Ohren habe ich mir natürlich dann auch dazu gekauft. Die Lounge-Flay-Rucksäcke sind mir für die Größe einfach zu teuer, weil sie mir zu klein sind, äh, für den Park. Und hauptsächlich würde ich sie halt im Park tragen. Im Alltag wäre es okay, aber da, ähm, versuche ich es doch etwas dezenter zu halten. Genau, also einfach, da habe ich mir jetzt passend dazu, zu dem Söger City, die korallfarbenen Ohr gekauft. Die schimmern auch so ein bisschen, wie man sehen kann im Licht. Und, ja, die haben 23 Euro gekostet. Und ich finde sie sehr, sehr schön. Genau. Und dann haben wir noch, ähm, zum, also Debbie und ich, Debbie hat sich übrigens auch alles gekauft, was da unten liegt, ähm, die rosa Ohren gekauft. Und zwar passend zum, ähm, zum Minimospir-Jersey, den ich mir, äh, gekauft habe bei Shop Disney. Und wir Fotos machen wollten und keine wirklich richtig passenden Ohren hatten, haben uns die roséfarbenen gekauft. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon noch 20 gekostet haben oder auch schon 23. Ich glaube, die gibt es aber schon länger. Und die waren dann 20 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher, wie gesagt. Genau. Die passenden rosa Ohren, die sehen auch richtig, richtig toll aus. Ich freue mich auf den Frühling. Ja. Ja, dann waren wieder Personal Shopper für mich unterwegs. Oder im Prinzip eine Personal Shopperin. Und zwar die Heidi. Die kenne ich leider noch nicht persönlich. Aber ich glaube, ich lerne sie im Mai kennen beim Princess Run. Aber die war im Primark und hat mir netterweise Bilder geschickt. Und, ähm, ja. Dann habe ich auch eine Bestellung aufgegeben. Und sie hat mir die Sachen zugeschickt. Und zwar, ich war ja schon ewig nicht mehr im Primark irgendwie. Irgendwie reizt es mich nicht mehr so in letzter Zeit. Gibt es ja nicht mehr so vieles. Obwohl ich jetzt gesehen habe, dass es in Amerika, äh, in Amerika, in England Hunde-Accessoires gibt. So an so ein Körbchen und Schüsseln und, äh, Anziehsachen. Ich muss sagen, wenn die nach Deutschland kommen, können ich da vielleicht zuschlagen. Aber mal sehen. Machen wir erstmal mit den Sachen weiter, die Heidi mir mitgebracht hat. Und zwar einmal dieses Home-Schild, äh, wo ein Hidden Mickey drin ist und zwei Teelichter drin sind. Und zwar jetzt habe ich mir das alles aufgeschrieben, das... Oh, ne. Den Preis von dem Home-Schild habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Das ist natürlich... Äh, fail. Aber ich glaube, es war so um die 6 oder 8 Euro. Nicht ganz so viel. Aber ich finde es sehr schick, weil es, wie gesagt, auch so dezent ist und mein Freund nicht direkt sieht, dass da eine Mickey drauf ist. Machen wir weiter mit Primark. Und zwar... Ach. Mein Schatzi hat es auch in Primark geschafft. Und zwar Baby Yoda. Das sind eigentlich Männer-T-Shirts. Das gab es auch noch in schwarz. Das habe ich meinem Freund dann mitbringen lassen. Ähm, das zeige ich aber jetzt hier nicht. Und zwar, genau. Ich habe mir das weiße geholt, in, glaube ich, in S oder XS. In... Ja. Ähm, wie gesagt, es sind eigentlich Männer-T-Shirts, aber es ist halt ein bisschen größer ausgefallen. Und das T-Shirt hat dann 10 Euro gekostet. Und, äh, ja. Mein Baby ist da drauf. Irgendwie kommen jetzt diese T-Shirts mit Baby Yoda, mit diesem... Auch mit diesem... Mit dieser Aufschrift. Fast überall. Ich habe jetzt auch bei Zara gesehen, äh, gibt es das T-Shirt. Ähm, ja. Aber erst mal reicht eins. Ich habe ja noch einen Skirt-Jersey. Dann, äh, hat sie mir hier diesen Schmuckständer mitgenommen. Ähm, den fand ich ganz schick. Ähm, ist zwar jetzt aus Gold, passt jetzt nicht so super in mein Zimmer. Aber ich muss sagen, ähm, für Fotos oder so. Und, äh, hier diese... Dieser Mini-Spiegel gefällt mir ganz gut. Und der Schmuckständer war nur 8 Euro. Deswegen, ja, habe ich mir den mitbringen lassen. Genau, dann kommen wir auch schon jetzt zu den letzten zwei Teilen aus dem Primark. Und zwar einmal hier diese... Ich habe die jetzt schon ausgepackt, weil die seit Wochen schon auf meiner Couch liegt. Und zwar einmal hier diese rosane Mini-Decke. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber da sind so Minis eingestickt. Ist wirklich sehr hübsch. Und dazu habe ich... Ich zeige euch das in eins, aber davon habe ich zwei. Zwei passende... Ah, jetzt sieht man es gut. So sieht auch die Decke aus. Genau, das habe ich noch. Noch ein weiteres Kissen und halt die Decke. Und, ähm, ein Kissen war 8 Euro und die Decke war 18 Euro. Ja, das ist seit langem mal wieder was, was ich mir von Primark mitbringen lassen habe. Ähm, es gibt ja immer mehrere Leute, die mir dann Bilder schicken und wissen, dass ich, äh, ja, auch bei Primark eingekauft habe. Aber irgendwie in letzter Zeit spricht mich nicht so viel an. Ja, kommen wir auch schon fast zum Ende. Irgendwie ist es, äh, im Februar gar nicht so viel gewesen. Und zwar habe ich mir einmal bei Etsy, ähm, da packe ich euch den Link auch noch unten in die Infobox, hier diesen Rock bestellt. Der ist, ähm, ja, nicht maßangefertigt, aber die Frau oder diejenige, wenn man es bestellt, die näht das dann extra für euch. Und zwar, das hat auch ein bisschen länger gedauert, wann habe ich denn das bestellt? Ende Dezember, Anfang Februar circa. Genau, äh, Ende Dezember, Anfang Februar. Ende Dezember, Anfang Januar. So, wir haben jetzt nicht den Januar übersprungen. Und zwar ist es genau eine Rock. Und, ich weiß nicht, ob man gut erkennen kann, aber sind alle möglichen Filmposter, so Oldschool-mäßig, so Retro-mäßig, äh, abgebildet. Was haben wir denn hier ein und eins? Dann Martina, Bambi, Robin Hood, Donröschen. Also, ganz, ganz viele Charaktere. Und, ähm, den kann ich auch mir super im Alltag vorstellen. So eine Bluse auf die Arbeit. Und ich finde ihn richtig schön. Jetzt muss ich mal nachgucken, was ich dafür bezahlt habe. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ja, ich sehe gerade, der war nicht ganz so günstig, aber dafür ist er sehr besonders unschön. Und, äh, nicht viele Leute haben ihn. Und zwar habe ich dafür 57 Euro bezahlt. Ähm, ja, ich habe vergessen, dass das so teuer war. Aber, ähm, ja, ich finde ihn sehr, sehr schön. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten zwei Teilen, die ich mir gekauft habe. Und zwar hat Cudello eine neue, äh, Schal-Kollektion für den Frühling rausgebracht. Und, ähm, ja, es gibt einige, die mir da gefallen. Aber für 90 Euro ein Schal, auch wenn da irgendwie Seide drin ist oder so, finde ich etwas viel. Aber ich habe mir dafür einen anderen Schal und die passende Handtasche dazu gekauft. Und zwar einmal hier dieses Tuch. Das, was ich daran so toll finde, diese verschiedenen Farben für den Frühling. Man hat Blau, man hat Grün, man hat Rosa, man hat Weiß, man hat Gelb. Es passt zu allem, ähm, habe ich jetzt falsch rum? Ja, ich habe es falsch rum. Dann seht ihr das Muster gar nicht. Ah! So, genau. Ihr seht, da ist Micky und Minnie vertreten. In Paris sind sie unterwegs. Jetzt muss ich mal schauen. Wo sind sie noch unterwegs? In Venice. Take Me To irgendwo. Berlin ist hier oben. Genau, hier ist Vienna. Also alle möglichen europäischen Städte sind auf diesem Schal vertreten. Und die haben immer passende Kostüme an, Micky und Minnie. Und ich finde, die Farben sind toll. Und der ist auch nicht zu dünn. Ich finde, er ist genau richtig für den Frühling. Und ja, man kann ihn so tragen. Und das ist halt nicht so auffällig, Disney. Was ich ja im Alltag sehr gerne mag. Man kann ihn auch so tragen. Genau. Also wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr schön. Der hat 50 Euro gekostet. Ja, ist auch noch viel für den Schal. Und bei Codello kann man auch oft warten bis zum Sale, finde ich. Bei manchen Sachen. Aber ja, wenn, wenn, so was wird dann halt erst vielleicht Ende, Ende des Frühlings oder Anfang Sommer im Sale kommen. Und dann finde ich, im Sommer ist das dann ein bisschen auch, ja gut, morgens oder so kann man so einen Schal auch schon mal anziehen. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch die passende Handtasche dazu gekauft. Die gab es nämlich auch. Und in dem gleichen Design. Die ist aus Baumwolle. Das ist halt so eine Stofftasche. Und es ist eine Umhängetasche. Und hier vorne habt ihr auch Micky und Minnie mit dem Eiffelturm. Und hinten auch nochmal mit dem Eiffelturm. Und die passt halt perfekt zum Schal. Und ich finde, es ist die perfekte Frühlingskombi. Und die Tasche hat auch 50 Euro gekostet. Was ich immer mache ist, ähm, als kleinen Tipp für die Versandkosten. Ich kaufe es bei Amazon. Weil bei Cordello, glaube ich, ein kleiner, ähm, Versandkostenaufschlag kommt. Ähm, deswegen bestelle ich eigentlich immer das, ähm, bei Amazon. Was habe ich denn heute? Bei Zalando. Genau. Ich bestelle immer die Sachen bei Zalando. Und dann kommen die relativ schnell. Und da bezahlt man halt keine Versandkosten. Und, ähm, genau. Und die werden sowieso von Cordello verschickt. Nur, dass ihr da euch die Versandkosten spart. Und auch vor allem, wenn ihr das euch nur mal anschauen wollt oder so, ist es ganz gut. Obwohl, wenn ihr es zurückschickt, ihr die Versandkosten ja eh nicht zahlt. Auf jeden Fall bin ich heute irgendwie sehr verwirrt. Ja, aber das war es schon im Prinzip von meinem Februar-Haul. Ja, ich habe euch alles gezeigt, was ich im Februar gekauft habe. Schon diesen Monat war es eigentlich relativ in Maßen. Genau. Nächsten Monat auf jeden Fall wieder die Ohren. Und, achso, ich habe mir auch noch heute kam noch der Tickerschlüssel raus. Den habe ich mir heute noch bestellt mit zwei, ähm, Sachen. Also so ähnlich wie der Minimausschlüssel. Man musste was für 20 Euro bestellen. Und dann gab es diesen Tickerschlüssel, äh, gratis. Und dann noch zwei weitere Sachen. Die seht ihr dann im März-Haul. Und, ja. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer ihr jetzt macht. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.